Willkommen zu Freemind 360. Ja, ich will euch mal zeigen, wie weit meine Batterie ist. Da ist der Wechselrichter, unten drunter ist das BMS, da ist der Laderegler. Vom Laderegler zur Schmelzsicherung, von Schmelzsicherung auf dem Sicherungsautomat und dann auf den Schalter. So, von außen, der Schalter sieht so aus. So, und die Batterie kommt dann unten in den freien Raum und wird dann über diese Löcher festgezogen. So, so habe ich es geplant. Problem ist, es fehlt mir nur noch die Kabelschere mit 50 Quadratkabel. Das sind die Dinger hier. Also eingepackt ist noch der 50, der rote und hier der blaue. Und der blaue, den muss ich echt, ich habe nichts da, um es ordentlich zu schneiden. Und das habe ich mir eine Schere dafür geholt. Und deswegen, das liegt einfach nur daran und dann nur das Getriemel und hoffen, dass alles reinpasst. Aber ich habe gemerkt, dass das hier auch gerade so reinpasst. Also wenn ich demnächst eine 280er oder 320er Ampere Stunden Batterie baue, dann brauche ich eine größere Kiste. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.